Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rayman Legends. Ich weiß gar nicht mit welchem Gemälde wir zuletzt drin waren, war das hier? Wo uns noch welche gefehlt haben? Ja, hier sind wir richtig feucht-fröhliches Feuergefecht. Das hört sich ja direkt wieder episch an, ne? Dann gucken wir mal, was... oh nein, Wasserlevel. Dann gucken wir mal, was es zu bieten hat. Hoffentlich nicht zu viel Wasser... oh. Moskito unter Wasser. Jaja, ich weiß. Immer diese Steuereinleitung. Denken die, ich bin blöd oder was? Okay, ich glaube, das Level könnte interessant werden. Da muss man sich für den Weg ändern, ist das fies. Okay. Bis jetzt immer noch sehr leicht, leider. Weil aus diesen Leveln könnte man wirklich so coole Sachen machen. Das ist schade. Verschenktes Potential. Na komm, bewege ich dich. Mist. Ich hatte gehofft, die bewegt sich etwas schneller. Nein. Dann kein Risiko. Okay. Ob ich überhaupt eben mein Herz verlor? Keine Ahnung. So gut ist mein Gedächtnis mal wieder, Leute. Schön etwa. Kein Secret. Ich hoffe, ich kriege viel eingesammelt. Das mit dem Saugen weiß ich auch schon. Boah. Ich fühle mich echt beleidigt. Die halten mich für super dumm. Machen wir mal einen Staubsauger. Ja komm, du sollst schon ein paar einsaugen. Schlaumeier mal wieder. Jetzt komm, her. Juhu, Luft. Es wird ja auch mal Zeit. Ach, ich kann ja fliegen. Ich dachte schon, ich muss springen. Okay, den muss ich bestimmt wieder irgendwie besiegen. Kann ich den abknallen? Scheint nicht. Mist, das hat mich mein Herz gekostet. Hat mir mein Herz gebrochen. Okay, einer fehlt. Zweiter Wurm. Okay, ich kann ihn nicht schaden. Ich schade. Nein, ich kann ihn nicht schaden. Okay. Schade. Die Looms lassen sich leider nicht einsam. Das wäre cool. Äh, einsaugen. Das wäre echt cool, wenn sie das gemacht hätten. Verschwinde, du Ekelfiel. Oder muss ich da doch was gegen tun? Ganz sicher nicht. Hat der Wurm jetzt Schluck aufgehabt und dadurch diese... ...die Herzen da bekommen, oder? Ha, dieses Spiel. Nein, ich wollte die einsam. Okay, es wird wieder schneller. Das war noch nicht alles, oder? Doch, es war alles. Schade, auch wieder viel zu leicht. Naja. Lässt sich nicht ändern, ne? Gut. Dafür haben wir hier alles eingesammelt. Dann sind wir hier fertig, oder? Ja. Jetzt brauchen wir wieder... ...Kleeblätter-Dinge. Rubbellose. Mein Gott. Und wir haben auch gleich wieder eins. Kriegen nur ein Cool-Shirt hier leider. Aber besser als nichts. Wie viele Level sind hier noch? Vier, okay. Naja. Wir kriegen ja bestimmt noch mehr Lose irgendwo. Dann würde ich sagen, gucken wir uns Mystical Pig an. Oder ist es peik? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Hier habe ich nur zwei. Das ist erschrecklich. Hoffentlich wird das wieder eine schwierigere Welt. Komisches Vieh. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Also. Ganz einfach. Stopp. 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 So was langweiliges. Was ist das denn für ein Vieh? Der tut mir ja voll leid. Ich muss den hier so als Hilfsmittel missbrauchen. Das war ein fieser Sprung. Ich habe es ja wieder geschafft. Ist ja nicht so, als hätte ich schon ein schwierigeres geschafft. Ah, okay. Ne, das sieht lustig aus. So, wie geht das? Da ist eine Eisplatte im Blick. Ah, jetzt war... Uh. Also dieser Stachel da, der ist ja mal mega fies. Boah, Stachel. Was kommt da geflogen? Was kommt da geflogen? Wer ist das denn? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ha, Basketball spielen? Aber hier habe ich noch was gesehen. Uh. Da haben wir wieder ein Geheimnis entdeckt. Hä, wie hat er mich denn... Haben die Helme? Ach, die haben Helme. Jetzt sehe ich. Hä. Coole Idee. Ja, oxieren. Hallo, komm her. Dich nehmen wir noch mit. So ein Raimund Speedrun wäre irgendwie auch ganz cool, oder? Aber ich bin ja nicht so der Speedrunner-Typ. Das ist schon ein kleiner Unterschied zwischen Kaizo-Spieler und Speedrunner. Dieser Typ. Wir sammeln alles ein, damit wir auch das loskriegen. Weil die Level zweimal spielen ist... Du mieser Werfer. Nein. Das ist ja schon wieder einer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Fies getan. Komm her. Okay. Schade. Ich hatte gehofft, die Welt wird wieder etwas schwieriger. Aber bis jetzt anscheinend nicht. Ich bin mir sicher, ich habe da was liegen gelassen. Hier unten. Ha, ich wusste es. Ich habe zuerst gedacht, ich bin jetzt tot, aber nein. Nein. Lass mich da hoch. Ja, den kann man ja zurückschlagen. Lustig. Cooles kleines Rätselchen. So, jetzt aber. Oh ne, wieder so ein Aufzug. Die mag ich ja gar nicht. Äh. Muss ich den selbst schlagen? Oder geht der von allein? Ich warte mal kurz. Okay, den muss ich wohl selbst bewegen. Auch ne interessante Idee. Okay. Coole Idee. Wieder mal. Das Level kriegt einen Stern. Nein. Ich bin hier einfach durch den Ball durch. Ups. Hohoho. Hohoho. Ja, den ersten haben wir ja gar nicht wie ätzend. Naja. Easy. Offenbar. Offenbar haben wir genug Dinger. Ja, haben wir. Haben wir. Sehr schön. So, wir haben erst noch ein Rubbel los, bevor ich's vergesse. Schon wieder nur ein Kuscheltier. Mist. Ich will immer was anderes. Ich will mehr Gemälde. Gütiger Golem. Das ist bestimmt wieder dieser komische... ...typie. Ich seh's schon kommen. Nein Zurück, zurück, zurück Nein, ich will wieder zurück Dann kill mich Hm, ich kann mich nicht killen Wer das auch im Mächchenleben soll Was ist das hier mit Musik schon wieder? Hau, hau Boah, diese Entwickler Boah, jetzt springt er hoch Was habe ich jetzt getan? Ey, verschwindet Einfach vor meiner Nase verschwinden Wie freundlich Hau Jetzt geht er runter Wie ist ihr das gedacht? So Ist auf jeden Fall eine lustige Idee Ich kenne Leute, die haben sowas in Mario Maker nachgebaut So, und jetzt rüber Perfekt Oh Ich werde hier gerade von einer Fliege angegriffen Gut, dass ihr das nicht sehen könnt Die will in mein Gesicht Boah Nerv Nein Hoch Böser Junge Guter Junge Dachte ich mir doch, dass da was besonderes ist Haha 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 Wie soll das bitte klappen? Ey, du Vieh Was ist da so eine Stange im Weg? Oh gut, dass die Stange weg war Das klang falsch Ich weiß Was ist das denn für eine? Habe ich was falsch gemacht? Anscheinend ja Das ist also dieser Golem Das ist also dieser Golem Wie soll ich denn da oben dran kommen? Oh Mann Oh Mann Das ist krass Der Kampf Kampf Mehr oder weniger Kampf Ja komm Beweg dich Ich hab mich ewig Zeit Gut, jetzt hab ich verstanden Was gedacht ist Ich hab's eben ja voll kompliziert gemacht Mit dem ganzen Damage-Boost Das ist das Zeug Tschüssi Tschüssi Okay Damit sollten wir Alles haben Nein, nicht runter Ab ins Türchen Easy Trotzdem nicht alle gefunden Schade Knapp Okay Java Ein weiteres Gemälde Das Gemälde heißt Im Fluss Wo haben wir das denn? Ah, ich seh schon Wir haben hier noch welche Alles klar Damit bedanke ich mich Für's Zusehen Hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß Und dann werden wir hier Das wohl In der nächsten Folge Uns angucken Und das Level daneben Natürlich auch Habt einen wunderschönen Tag Und bis zur nächsten Folge Tschüssi